So hallo herzlich willkommen zu Let's Play kleine Zeit mit meinem Plan. So, können wir Hallo sagen. Hallo! Welches ist der Beste? Meine herzliche Begrüßung. Abonnieren, Favorisieren! Lassen Sie es, wir sehen Sie nicht bei Her Tutorial. Und Disliken. Allein, nein! Es geht weiter! Hopp, hopp! Der Feind wartet nicht. Na, hoffe ich doch. Eigentlich schon. Tutut! Das macht immer ein Tutorial. Ja, weil ich keine Hupe habe. Ich habe mir noch keine Hupe gekauft, deswegen muss ich Tut-Hoop machen. Kann ich keine Hupe kaufen? Nein! Nein! Ich mache das nicht länger! Die Hupe. Miep, Miep! Wo wollen wir hingehen? Da kommt noch was dickes. So, mit der Nummer 8 hier. Los, rein da! Ne, der läuft lieber. Wir fallen! Da kommt so ein Panzer! Du G'schütze! Pussis, da fahren wir doch deutlich! Los, hin da! Komm, wei, zeig doch mal, aber du kannst dir sicher. Eben! Wenn er auf mich wartet, dann sproren wir doch mit rein. Was ist denn los? Immer diese langsamen Soldaten. Na, 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 na. Ich bin gerade aus meinem Flugzeug gesprungen, wurde gemerkt. Na ja, selber schuld, oder? Aber war MajorCraft nicht sonst bei uns, äh, denn jetzt? Ja, da war ich schon. Im Clan. Aber der ist nicht bei uns. Nö, er ist bei uns, aber nicht bei uns. Das ist ein Fall für Galileo Mystery. Ja. So, das ist ein Geishner. Galileo Fake Check. Los, alle Rollen! Nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen! Ey, Martin! Von hinten! Von hinten! Ich geh mal kurz hin. Warum hat mich jemand auf meinem... Was? Creeper! Ich bin hier unten gesichtet! Zack! Sprengstoffgel. Toll! Wenn das nicht geil ist... Warte! Oben ist ne Max-Einer drin, vorsichtig! Ist bei C, glaub ich. Unterstützt von mir selber. So, dann hauen wir den jetzt mal heute auf die Gau-Leiste, ne? C und nehm mal C ein. Der Kron, der geht zu C. Boah! Der geht zu C? Ja... Sunderer. Aber ich bleib mal mit, so. Sunderer. Sunderer. Ne, doch. Komm, dann bin ich nicht alleine. Ich bleib mal eben ein bisschen beim Sunderer, damit wir was zum Spawn haben, ne? Ich knall den ab, keiner knall drauf, ich krieg kritischer Kill-Assist. Geht's denn? Und da kam 100% kein Schuss mehr. Auch kein Messer. Mein Sunderer rutscht den Will weg. Ne, doch nicht. Ja, wahrscheinlich hat er sich selber mehr Schaden gemacht als du. Der hat ja am Ende keinen Fallschaden mehr bekommen oder so. Ja, das ist aber so, äh, mit dem, äh, mit dem Konklamouron. Anscheinend er schon. Die machen sich selber kaputt als irgendwas anderes. Ich hab euch auch noch ne Spawn-Leuchte, vielleicht könnt ihr dann rüber zur Basis fliegen. So, wir domitieren gerade übrigens auf Ammer-Wilch. Hallo Leute, ich hab hier mal, ähm, noch einen Spieler und gleich kommt noch ein zweiter, ähm, mitgebracht. Die müssen Spaß haben beim Spielen. Servus. Huuu. Hallo. 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 Moin. Sind die auch so bescheuert wie du, Sephiroth? Bei C ist einer unheimlich, was wir haben. Noch viel schlimmer. Oder haben's die drauf? Da seid ihr denn? Drauf haben wir jetzt alle doch, oder? Genau. Nach der Nummerierung im Spiel bitte, äh, bitte vorstellen jetzt. Äh, nein. Schade. Ähm, wir brauchen noch nen Invite. Und zwar für... Neos, Gott, ich muss schnell ein paar rausschmeißen, damit wir mit den Nobse. Nobse, bist du da? Ja. Meinen Sinn. Gott, tschüss. Thehehehe Du kannst'n Krone rausschmeißen, der kann sowieso nix. Että ne, ich lass mal. Sekunde, Sekunde, ich hab grad hier Stress am Sand, aber... Oh mein Gott! Der Sandra parkt hinter unserem Sandra, ne? Warum hast du mich denn jetzt rausgeschmissen? Weil du ihn wieder annehmen sollst, ich hab die im Platoon eingeladen Ich muss einen rausschmeißen für Platoon Wieso schmeißt du mich da raus? Da kommt ne Max zu C, Nummer 12 Weil dein Name am schnellsten zum Schreiben ist 12 ist auch bei C Du bist der Fähigste von allen Ne, wir werden gar nicht Wenn ich immer hier rausgeschmissen Aber in echt bin ich der Beste von allen übrigens Direkt bei C ist ne Level 28er So, Nops, jetzt darfst du dann auch die 9 gleich einladen So, ich hab grade mal ein DC So, ich hab grade mal ein DC Ja Nein, die Max-Einheit kann man sicher unternehmen Ja Mach mal mit hier, ne Mann, ne Mann Was mach mal, du Biff Ach Ja was Wo? Hey Oh Nicht getroffen, scheiße Aber das ist die Max-Einheit Die sieht ganz schön hässlich aus Äh Äh Z-Planet-Zeit-Ecke Übrigens später noch irgendwann mal bei Gelegenheit irgendwas Irgendwo Irgendwo Also wir sind überlegen, ne 66 zu 34 Ist ich nur so nebenbei Mal überlegen Gibt's noch nen Wegpunkt? St-Planet-Platoon-Punkt? St-Planet-Platoon-Punkt Entschuldigung, Entschuldigung St-Planet-Platoon-Punkt Das ist ja aus dem St-Planet-Platoon-Punkt ist ja kein P-Planet-Platoon-Punkt Wo seid ihr jetzt? Auf E-Sammier, gah? Richtig, E-Sammier Äh, dann braucht gleich Holla Wind Ein-eine Einladung Also die Kiras? ich bin gerade DC aber Nobze wahrscheinlich gibt es das ist mein Sander im Arsch Mensch ich hab doch gesagt Nobze du sollst einladen Sonder ich weiß doch ja die haben sich noch nicht gesehen Mensch Jungen kann man nicht zum spawnen Spawnlub braucht noch Du Mabze muss auch Spawnlub bestehen für Bravo ne und wer ist der Liebste der Invite braucht ich weiß nicht ob ich rausgeflogen bin ich weiß nicht ob ich rausgeflogen bin mein Game ist abgekackt ist ja nur holler Wind gekommen ich hab verstanden du hast zwei mitgebracht äh der zweite kommt vielleicht gleich ah der Feuerwehrmann ja der braucht immer ein bisschen länger ja wenns brennt ne der ist auch ein Feuerwehrmann der löscht der löscht erst seinen Brand und dann den Brand aus boah als ich Sonnenspruch abgefeuert hab auf der Arbeit von meinen Arbeitskollegen das Feuer wir machen auch äh der hat mich ganz böse angekommen ja muss er aufpassen der flüssig ist die können ja schon einig sein bei uns soll ichs gerne so für Alpha steht die Spawnlub Moment ähm Tim Bravo kann mal gerade einer von euch Kollegen den zweiten runterziehen der müsste jetzt im Eingangsprojekt sein der hat mich gar nicht der ist unterwegs ja ich bin gerade Ladebildschirm das ist immer durch Hilfe Feuer 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 das andere brennt mach den heiler ach so ich dachte auferkannten Feind Feuer frei Feuer Feuer der Feuerwehrmann muss löschen kommen auch der so lahm den hab ich echt noch nie gehört den hab ich echt noch nie gehört hehehehehe ne der Memory hat mich so sehr die episch geacht der Planet Z2 nicht aus zumindest im Kanal hat mal kurz so gucken lassen was er so macht die nächsten Tage von wegen Gespräch morgen so haben wir jetzt ja so wie ichs verstanden hab morgen Abend ok etlin Glückwunsch ja so ich mach ruhig was Kassel hat vielleicht nicht weiter